Niemand von uns kennt die ganze Wahrheit. Doch es ist unsere Berufung, danach zu suchen. Auch wenn wir nicht immer alle einer Meinung sind, auch wenn wir aus den unterschiedlichen Ecken mit den unterschiedlichen Einstellungen kommen, haben wir uns trotzdem alle vernetzt, um ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen für freie Meinung und gegen Zensur. Vielen Dank.